Willkommen bei Smart Liste. In diesem Video besprechen wir den Die Besten Akku Rasen Trimmer Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen Die Besten Akku Rasen Trimmer Test, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Ruby Old 1832. Der Randlos Yard Trimmer Ruby verfügt über einen Teleskopgriff, der ihn an die Größe des Benutzers anpassen kann. Darüber hinaus bietet der Trimmer die Höhen- und Winkelverstellbarkeit des zweiten Griffes für den praktischen Einsatz im Cordless Yard Trimmer Test. Die dreifache Schnittwinkelverstellung macht auch harte Positionen leicht zugänglich. Ausgestattet mit einer Sicherheitsverriegelung bietet der Trimmer auch die höchstmögliche Sicherheit im Kinderhaushalt, denn er vermeidet das unbeabsichtigte Einschalten des Gerätes, was er im Batteriehof Trimmer Test hinaus vorstellt. Umzug auf Nummer 4, haben wir die Busch Akku Rasen Trimmer. Der Busch Akku Rasen Trimmer Art 2618 ist ein 2,4 kg schwerer Yard Trimmer. Der Trimmer wird von einem Lithium-Ionen Akku angetrieben, der aus ist. Die Leistung des Geräts beträgt 18 Volt. Der Trimmer arbeitet einfach und präzise, auch bei schwierigeren Grasarten, was im Cordless Yard Trimmer Test ein Vorteil ist. Der Schnitt des Trimmers ist auch aufgrund seiner Effizienz glatt und nicht gerissen und damit im Batteriesen Trimmer Test sehr überzeugt. Überzeugend ist das geringe Gewicht des leistungsstarken Geräts, das 2,4 kg beträgt. Auf Platz 3, haben wir die Black Plus Decker Akku. Der Black Plus Decker 36 V2.0 Akku Rasen Trimmer ist ein Rasen Trimmer, der die größte Leitfähigkeit als Gas-Guard-Kit hat und daher im Akku Rasen Trimmer Test äußerst erfolgreich war. Mit einem Leistungsranking von 36 V hat der Trimmer beim Trimmen und Schneiden von Haufkanten genau die gleichen Linien wie ein Benzinsystem, aber ohne die entstehenden schädlichen Emissionen. Der Trimmer hat eine Größe von 30 cm und eine besonders große Schnittbreite. Ausgestattet mit einem Erdriebe-Getriebeantrieb ist auch bei negativen Bedingungen wie Hoch- und Nasrasen schnelles und exaktes Arbeiten möglich. Um Zug auf Nummer 2, haben wir die Makita Akku Rasen Trimmer. Der Makita Akku Yard Trimmer 18V ist ein Yard Trimmer, der durch seine Kompaktheit und seinen handlichen Einsatz in Haus und Garten im Akku Rasen Trimmer Test überzeugt. Der Trimmer ist mit einer Teleskopwelle ausgestattet, die wiederum einen Einstellbereich von 180 mm hat. Der Schneidkopf des Trimmers kann an 5 Aktionen geneigt werden. Die Verfolgung des Schneidfadens ist äußerst nützlich, indem man einfach den Spulenkopf gegen den Boden drückt. Zum Kanten zu schneiden kann der Schneidkopf um 180 gedreht werden. Die leere Spule kann vom Besitzer schnell wieder aufgewickelt werden. Praktisch für die Planung der Arbeit ist auch, dass die Batterie des Geräts eine Fähigkeit Anzeige hat. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Black Plus Decker 3 in 1. Der Black Plus Decker 18V ist ein 3 in 1 Gerät, das Kanten mähen, trimmen und schneiden kann. Dieses Gartget integriert die Vorteile eines kleinen Rasenmähers, insbesondere die gleichbleibende Schnitthöhe, Schnitthöhenverstellung und Tratausrüstung, mit den Vorteilen eines Trimmers, nämlich Benutzerfreundlichkeit und Manövrierfähigkeit. Der Grastrimmer beschäftigt sich mit 18V, also einer 2,0 Aktionen Batterie. Es hat eine Schnittbreite von 28 cm und hat einen markenrechtlich geschützten Geräteantrieb. Praktisch ist der verstellbare gebrauchte Griff zusätzlich zur fadenzureichen Gewindeverlängerung. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.